Rabi, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In unseren Gesetzen wird uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erstes einen Stein aus Sie. Auch ich verurteile dich nicht. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erstes einen Stein aus Sie, werfe als erstes einen Stein aus Sie. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erstes einen Stein aus Sie, werfe als erstes einen Stein aus Sie, werfe als erstes einen Stein aus Sie.